Achtung, Aufnahme. Casey? Casey? Ja? 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 Da sind welche direkt bei der Tankstelle. Was? Ich nehme die jetzt trotzdem mit, mein Suizid. Suicide? Äh, wenn du welche auslockst, dann... Ich habe noch eine Falle. Glaube ich. Habe ich die? Hilfe, Casey, Hilfe! Ich sehe einen. Einer hat nicht genau genommen. Einer hat nicht genau genommen. So, easy. Wir sagen, wir gehen in so ein schönes Haus da drin. Weil du manchmal... Manchmal ist das so easy, ne? Du kennst die da, wup, 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 top. So wie das nur... Du hast den anderen, du gehst, ne? Du hast den anderen so kommen. Oh nein, wir müssen aus Pleasant Park raus. Oh, das brauche ich jetzt, ja. Nimm mal das First-Eight-Kip. Hier ist noch ein großer Field. Ja, mach das. Da wird hinten auch geschlossen. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Wieso gehst du, wieso rennst du ja jetzt hin? Weil es keinen anderen Weg gibt. Wo willst du sonst noch? Guck mal, wir können doch hier hin, so. Guck mal, da schießen sie nämlich auch. Jo. Gehen einfach hier hin. Ach so, ich hab ein Lager... Hab ich die Falle nicht eingesammelt? Ich hab vier. Soll ich da mal was hinbauen? Oder die machen uns sowieso von oben fertig. Ja, die machen uns sowieso. Aber du hast doch einen Rocket. Ja. Ich hab doch eigentlich easy peasy dagegenhalten. Oder wir gehen auf die erste Ebene. Ach guck mal, da werde ich nämlich schon beschossen. Ja, von hinten. Soll ich da mal Rockets hinschießen? Ja. Das ist doch mal schön. Setz dir mal ein bisschen unter Druck. Jetzt mach das mal, was die anderen uns machen. Komm, schieß einfach. Ach scheiße, das war's down, ne? Ops. Gott, ich hab's gemerkt. Ich hab mich irgendwie schießen können, ja. Oh. Da kommen welche von oben. Jojo, ich rede. Stop, da hat der andere. 18 Stunden. Da ist noch eins. Einer genockedowned? Dann soll ich auch reinkommen. Ich baue hier zu. Da ist er. Hier hinter. So, da ist er los. Was? Von gegenüber? Ich bin vom Winkel eigentlich nicht drin. Gleiches Problem wie gestern. Naja, irgendwie schon. Scheiße. Man, die soll mal in die Fallen latschen, ne? Mach die Fallen kaputt. Was? Hä? Da war ne Falle. Ah! Scheiße. Lol. Guck mal. Das ist die oberste, wann ist die und... Dein komischer Haider. Ja, kann man hören, Mann. Voll geil. Blablabla. Blablabla. Der will meine Falle. Hallo? Da baut sich jemand hoch. Da baut sich jemand hooooch. Ich hör jemanden schießen. Dann schnippelt die aufm Berg. Ja. Das ist eben nicht scheißdreck. Wieso rennst du da hinten? Oh, ich seh zwei Leute rennen da. Oh, ich seh auch da hinten zwei Leute. Ne, hier sind viel zu viele Leute. Können wir mal woanders hingehen? Ich hoffe, das waren die Sniper. Lass uns hinter denen einrennen. Die bauen sich da ein. Du hast ein Problem. Ja, genau. Hui. Warte. Ich geh runter. Und ich bin tot. Na? Ich hab getanzt.